Nur mal zwei Missionen, dann haben wir eigentlich die DLC-Welt, die schöne Welt Und damit herzlich willkommen zurück zum Master of the Rise Oh scheiße, Schlange Ibu-Shi im Hintergrund gewesen gerade Das war mein Ladebildscher Ich glaube, desto weiter man kommt, desto mehr Viecher sieht man dann, oder so, keine Ahnung Ja gut, es ist eh alle Viecher irgendwann im Ladebildscher Ja, wahrscheinlich kann ich das haben Wieso, in welchem Gebiet bist du? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht Ich kenne ihn noch Werden wir ihn noch töten? Einen Tobi Einen Tobi, ja Gashi 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 Ja, aber nichts ist jetzt Das ist nicht der Tobi Also ich reine Obkirzung Ich weiß, gefühlt, länger war Naja, weil ich schon... Oh, den Zug kann, Tobi ist gleich gewesen Achso, da bist du gerade Achso, ja, die Abkirzung habe ich schon wieder vergessen, dass der existiert Ich bin zu einem anderen Gerät, aber doch der da kriegt Ja Au Womit hat er Mitty jetzt abgeschossen Mit seinem... Schönem Krallen Au Woh 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 Oh, jetzt habe ich mir geholfen. Au, der trifft mir die ganze Zeit. Ich kann nicht stoken, oder? Au, du so. Ich habe es versucht. Ich bin hier jetzt beim Landschrack genauso gut wie ich. Wir kontern immer ins Nichts. Ich kann halt sehr gut in Six kontern. Und dann, wenn ich kontern will... Achso, das geht wahrscheinlich nur mit zwei Käfern, ne? Ja. Tja. Ich glaube, die Schriftrollen können die ganze Zeit einsetzen. Und ich weiß halt noch kurz. Das ist ein Telefon. Nein, das hat fast bei mir geläutet. Ja, pass mal auf, das ist bestimmt der Tobi, der ruft an bei dir. Der Tobi. Ja, das ist mein Kusel. Und er sagt, du wauer, ich weiß, wo du wohnst. Ja lustiger. Wuuuui. Der Mark ist ein bisschen anzuspringen. Ja. Er verschreibt die ganze Zeit an den Hinterkunden. Das ist so häufig. Das ist bei mir. Der hat macht sich zu vertreten. Das ist so häufig. Spätig. Das ist sein Ding. Bist du nicht? Was macht der da? Heht auch nicht wieder hin. Gut. Ja. Schauen. Jetzt tut er die Wand besahmen, und dann springt der uns an. Das ist nicht der Schleifen. Ich bleib stehen, du Flughaushier. Trudel, du bist gebrochen. Au. Meine Lieblingsbeschäftigung, die Duft-Konten. Ja, das kann ich nicht. Das hört, Schatz. Ja, das schau ich mal dann nach. Protosynthese. Ist die Ratte noch da, oder? Ha, ich hab gekontert. Glaube ich. Ja. Aber das hat eigentlich gar nichts gebraucht, das Konten. Au. Wie gesagt, es gibt noch einen, da tust du... Und was war das? Z, R und B oder irgendwie so war das? Da musst du A drücken im richtigen Moment. Es verbraucht keine Seilkäfer. Und damit kannst du halt auch kontern. Ich hab gekontert, der Wahnsinn. Ich hab gekontert, der Wahnsinn. Ich hab auch das benutzen sehr gerne. Und dann mit Sandburg gab's irgendwie noch ein Konter. Mit dem man auch noch gegenhopsen konnte. Bevor man den auslöst. Mach dir ja weh, du steckst über meinen Computer drüber. Das weiß ich dich aber. Lass halt der Kassar anschauen, der in der Siska-Fabrik, ich hätte ihn mal gelesen. Hör den Tisch! Dorn der Räder! Was macht der Schleif? Ja, ich glaube, der weiß nicht, was er machen will. Da hinten kommt noch ein Krieg Hey, das sieht gut aus Ja, auch hier. Ja, hier. Hier, noch mit. Ich brauche hier irgendwie. Schau, feiser, feiser. Tütt, 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 Tütt. Gehen wir da weiter ab, das hast du... Ah, ah, kacke. Ich möchte jetzt noch ein Klaue Plus. Ah, er hat 3-0 Rückenkranzer, das ist ein Scheiß. Der kleine Rückenkranzer. Der ist einfach so dick. Das ist ganz normal. Das ist schon nicht laut. Eine Weibbom-Träger. Oh, eine Weibbom-Träger liegt, wie gesagt, hier. Oh, eine Puppe, jawohl. Was ist er, wenn du kaufst, oder? Nichts. So wenig mehr. Oh. Oh, der oben ist aber gesprengt. Ja. Oh, wenn ich in die Falle eine... ... 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 Der ist raffig, der Anja. Der ist raffig, der Anja. Nix. Der sprengt einfach nur von Thomas. Alter, du Saurnägel, du. Anja ist ja richtig leichter aus. Ja, wenn ich treffen würde, dann ja. Lass mal einen Slammer fangen. Da kann ich auch einmal treffen, vielleicht in meinem Leben. Ja. Jawohl, jawohl. Was war das? Das war zwei Mal drücken. Hat er irgendwas geschossen oder gekaut? Das ist ja super. Ja. Genau, Anja. Und Flügel. Und da ist mein Geschenk. Da kriegst du mein Weihnachtsgeschenk in Voraus an. Ja, oder? Keine Ahnung. Und gleich doppelt das Geschenk. Ich bin schon da am Bordeligste. Der hat jetzt nicht richtig kassiert, doch. Gleich einmal ein Hammerskruis. Wenn es ja schön schmeckt. Wenn es ja schön schmeckt. Kann das Gereis auch wo beißen kommen? Äh, ich glaub nur wenn die Flügel draußen sind. Die Dinger hinten auf dem Rücken kann man die noch kaputt machen. Ich glaub ja. Aber nur wenn es halt draußen sind. Glaub ich. Ja, du. Ich verstehe sowieso nicht wo sie reinklappen. Das sieht man gar nicht. Also wenn sie eingeklappt sind sieht man sie gar nicht. Also ihr Brotelig schon wenig gekriegt. Der hat gewehrt. Ja, ist traurig. Das hat einem richtig wehrer. Wenn wir essen hier Ausdauer wird schon wieder weniger ey. Kleck mich doch. Ja, das ist ja. Der ist ja ganz schön weg. Ja, also. Ich heil erne mal. Ich schleif er mal. Ja, da bleibt es hier damit. Ich glaube es ist. Au. Du schreien an mir. Ja, das andere hat natürlich nicht offen. Naja. Aber nur Gefühltreffen ist auch wieder schwer. Nach Gefühltreffen. Ich hab mir deine Flügel. Ich weiß nicht mal wo er seinen Schreifkomman glaub ich hab. Ja. Da wieder nehm ich ganze Zeit extrem zauern. Dass er den Schwanz auch weiß. Au. Au. Sexuelle Belästigung. Anzeige ist raus. Keiner hat das Viech hergekommen. Keiner mag die auch mehr. Der hat mich gefressen. Hahaha. Der frisst mich. Aber ich spiel mit dir auch. Ich will deine Schreifkomman. Ja, aber ich weiß gar nicht. Aber du hast den Schwanz anrechten. Und du hast den Schwanz anrechten. Irgendwann war's kaputt. Also die Flügel ging eigentlich nicht kaputt, das wäre schon. Ja, es war zumindest in Alten, da glaube ich so. Wow! Wie ein Golfschläger gerade. Er ist ja auch zum Beißen. Ja, es gibt auch... Falsches gemacht, naja wurscht. Ah, er ist ein Bangle. Dann weiß ich mal, ob der überhaupt geht. Oh ja, den Schwanz kann ich auch reißen, das habe ich schon geschafft. So, dann sehen wir uns in der nächsten Quest wieder, bis gleich. So. Der Thomas hat... Kostüge. Na gut. Ich hab deinen echten Leben eigentlich noch nicht vergessen. Ah, das kannst du ja nach der Mission machen und müssen ja dann... ...nicht gleich weiter aufnehmen, wir können ja... ...kurz aufhören oder so. Dann trinke ich ja mal... ...ah, dann is ja mal Eis. Dann kannst du es auch trinken. Ja. Boah, bist du grauslich. Wenn sich das Vieh einfach selbst komplett im Netz höhlt, weißt du? Entschuldigung, ich esse Scheiße. Ich glaub, da bleibst du kleben mit deinem Katana. Das kann ich gut mögen sagen. Oh, 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 oh. Die Babys. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Die Babys. Schauen wir mal, was gescheitere ist. Es ist ein Schweifahrt. Es ist ein Schweifahrt. Das ist wirklich. Was? Der Kopf fährt aus? Wandern in Witwe ragnarkapacki. Alter, der Kopf fährt aus. transformers. Juhl, das ist ja schon... Sind wir hier bei Alien vs Predator oder was? Das ist die Transformerspinne, kennst du das nicht? Die Transformerspinne. So, wo ist das Fragezeichen? Ganz oben, ok. Ei! Ich kann ja wenigstens was oberen, gell. Aha. Sehr... des! Noch ein Lager, das ich nicht frei habe. Das ist die 74. Da gibts nur 2 Lager so freischalten. Ich hab nur links zwischen 3 und 7 das Lager frei. Ja, das ist genau auf dem Berg oben bei 10. Na, keine Ahnung, welches Gebiet das ist. Kannst du es auch mehr sagen. Jawohl, Wolli-Teilen, Kohle. Ja, da witz. Schön grauslich, du Scheißviechgang. Schau, wie wunderschön das ist. Ich bin gleich eingesperrt in den Scheißnetz. Ich hab noch nicht einmal angefangen, oder? Das darfst du bekämpfen, oder? Das ist ein Scheiß, oder? Doch, das ist ein Scheiß. Vielleicht hätte ich doch mit dem Hammer kämpfen sollen. Das habe ich nicht mehr. Oh, du Schwein. So, ich hab jetzt mal noch Erz mitgenommen. He, he. What the fuck, Alter, bist du für ein Scheißviech? Nein, das finde ich ja wohl eher wenigstisch. Ich glaube, ich hätte den Hammer nicht mehr sollen. Weil dann hätte ich nämlich die fetten Clown da vorne wegmachen können. Nein, du weißt. Ich glaube, er kann dir den Kopf überall raus haben. Der spuckt auch von der Seite, spuckt er vorher. Kann das sein, dass das Viech so ein bisschen Katapult-mäßig ist? Nein, das Viech ist gebrannt, also. Also das Viech ist ein bisschen komisch. Bist du da-pa-da-da. Ich kann nur, äh, Greg aus einem alten Schreck-Spiel zitieren. Binnen Spillendorf. Aber der ist ja auch Feuer. Der ist ja Flammenwürfer. Hahaha. Der hat auch sich jetzt aus dem Test, äh. Der hat sich auch zurück. Irgendwie haben sie viele Monsters, das habe ich ihnen ja so gebraucht. Da würde die kleinen Spinnen machen, von Feuer bei ihr. Die haben ja schon von Anfang an Feuer gemacht, die kleinen Spinnen. Ich glaube, die Spinnen, da ist ja keiner Transformers, glaube ich. Der haut den Arsch nach Vieren, die kommt von der Hintere, oder? Das ist ja ein großer Transformers, kein kleiner. Die holt sich schon sicher aus Scheiße aus. Der hat doch alles gebrochen. Keine Ahnung. Der hat doch ein paar Mal gebrochen. Aber die Spinnen jetzt ja, die Achsen sind nicht. Oh, der Hintere. Das ist ein richtig mächtiger Stein. Au. Du brauchst mein Baby was rauskommt. Das hat sich nicht die Schäden. Das ist der Spinnenwurscht. Die sehe eine Witwe. Aber das ist ja kein Problem. Da wundert es mich nicht, dass das eine Witwe ist. Äh. Ich weiß nicht, warum das eine Witwe ist. Das macht diesen Riesendinger so nach dem Motto, auch mal. Was hast du denn da für eine Sensor? Sensen kann da noch. Das ist ja. Die Gift-Sensor ist das, ne? Das ist ein riesen-Danner. Oh, hau. Das ist kein Gift-Sensor. Das ist ein anderer Sensor. Das ist ein anderer Sensor. Also der kann auch auf die Seite gehen. Das habe ich gar nicht gesehen. Der sagt, dass er auch geht. Alles was. Ich mach's einfach so. Ist einfacher. Ja. Wir brauchen da andere Dinos. Ja, ein anderes Dinos wäre da ziemlich praktisch. Weil da könnte man vielleicht den gegen die Wand rennen lassen. Das funktioniert nicht. Ja. Ich verstehe. Das würde ich auch machen. Oh, heile. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass man den Schwerf auf jeden Fall nicht da abtrennen kann. Also habe ich so. Ich fühle. Goldene Substanz. Ja. Aha. Was? Das ist so ähnlich wie Würfern-Trainer. Goldene Substanz. Ja. Goldene Substanz. Goldene Substanz. Ich hoffe, wenn du die Spinn jetzt auf die Achsen hast, kannst du die Achsen nicht brechen. Ja. Die Achsen kannst schon brechen. Ich bin ja nass. So sieht wie Reinhardt hat in der Flammenwerfer. Ja. Zuerst ist einfach. Ja. Fremme jetzt wieder. Komm später wieder. Ich weiß halt nicht, ob er den Schwerf abbrechen kann oder nicht. Ich weiß 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 nicht. Das Fisch hat so Schwerf was, oder? Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es kommt dahinter noch auf mich zu. Aber wie kannst du China? Wahrscheinlich fährt der Erdschuss in Waffen. Ich glaube die Krall vorne kannst. Der darfst ja gleich spielen, dann hängt der Raphael in den Arsch. Wie bewegt er mich. Was ist jetzt gebrochen? Das hat das Vieh seinen Nachwuchs auf einschleudert, weißt du? Ist es mal, dass das Vieh hält seinen Nachwuchs auf. Was hat die Gebrochen und alle sagen? Das sind aber die Vieh übers WKW anscheinend. Das weiß ich nicht. Ah, jetzt hast du jetzt wieder einen großen fetten Scheiß gekonnt gemacht. Kann man die Krallen vorne abschlagen eigentlich? Ich mache nur wenig Schaden, aber... Wo ist denn deine Scheiß-Schwachstelle, die Sorge? Du hast den Scheiß-Panzer drin. Du hast den Scheiß-Panzer drin. Du hast den Scheiß-Panzer drin. Ich dachte, sie haut mich erst mit dem Grenzersweck oder was? Ja. Aber es ist kein Scheiß-Panzer drin, wenn dir irgendwas öffnet. Haben wir die Angst-Panzer drin. Ja, aber ich frage, du musst fangen oder du musst lieber ausnehmen, wenn du was hinkriegen? Ja, vielleicht sind die anderen Monster in diesem Gebiet männlich. Die sind beschäftigt. Wenn die Frau eifersüchtig wird. Hast du den Puti von der Spinne gesehen? Keine. Ich verstehe was. Jetzt da ist er. Ich habe mich schon so sehr anschauen. Oh, ich bin nicht zu hologram per Leu. Ich bin nicht zugef מ�lee. Ich bin nicht zufällig. Ich bekam das nicht zufällig. Ich bin alle von der Spinne. Ich bin aber auch hier von der Spinne. Anthem ist zufällig und erfreut nicht zugefüllen. Wie geht das? Hier ist doch nicht zufällig. Also, wie geht es nicht mit Koks? Du kannst ja gar nichts erreichen, aber du kannst nichts abschneiden, nicht wirklich irgendwas. Und zack, da ist die Rutzung wieder da. Weil ich glaube das einzige was du wirklich abschneiden kannst, sind glaube ich die Scheren vorne. Glaube ich. Aber ich glaube ich muss mit dem Hammer um achten. Du Schweinebriester. Au. Und schweinebriester. Au. 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 Ich bin jetzt unten in der Höhle wieder. Und schon wieder bin ich. Da ist er freiwillig zurück gegangen. Au. Ja. Au. Wie komme ich jetzt hier wieder am gescheitesten hoch? Au. 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 Oh Weißt du, dass es ein komisches Fixer-Fisch ist? Au Das ist ein Fixer-Fisch. Alter Scheiße Hund schlag mich! Alter, scheiß Hund! Wie läuft es jetzt draußen? Einmal Ach stimmt, das andere war vorher Er hat die Trends weg Alter Jetzt leg ich die Bomben und rennt die Sau weg Da wird nichts gegessen Und dann... Ich muss das mal auskennen. Äh... E-D-Richtung, ja. Mal auskennen da. die ganzen netze sind irgendwie gelb orange sowas wie viel pränkisch aus alter geh nicht zu mir ich weiß was man machen muss glaube ich wenn alle Nesse gebrochen sind da muss ich auf den Kopf fahren weil er ist ein Kopfkurzfahrer da machst du wahrscheinlich hoffentlich schaden ja ich weiß nicht das ist schwer also das heißt die Waffen nehmen, verdammt mal ich drücke auf X oder X oder Waffe soll ich ihn jetzt fangen oder wollen wir ihn erledigen ich fange das viel, das geht glaube ich schneller ok oh ok ok gut dann würde ich sagen war's das mit dem Video bis nächstes mal bis bald und ciao ok 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 Vielen Dank.